Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge TinyCraftAttack 6 mit Rysmo, hallo. Hallo, hier ist Iris den Onkel auf dem Weg nach Marokko. Ja, geil. Und ja, wir haben wieder einige Neuigkeiten zu verkünden. Erstmal... Erstmal neun Spieler. Genau. Auf dem Server hier FloHD10, der ist zusammen mit seinem Kumpel jetzt neu im Projekt. Der Kumpel hat da noch nicht angefangen zu spielen, oder? Doch, doch, doch. Warte mal. Ja, doch. Ich will mal gucken, wie der heißt. Der hieß, ich hab die ja gewidlistet. Der heißt HubsiTV. Ja, okay. So. Ich mach auch mal Whitelist List. Okay. Arok-EP ist auch dabei, aber der war noch nicht auf dem Server. Hm. Ist also eigentlich offiziell noch nicht dabei. Ah ja, genau. HubsiTV. Und irgendwer ist neulich noch dazu gekommen, ne? Als drittes. Ja. Ja, stimmt. Ich weiß nicht mehr, wer. Warte, ich such gerade so ein bisschen. Der Basti. Nee, der Basti nicht. Der ist schon länger dabei, aber... Ähm. Komm mal, WetTiger. Wann ist der rot? Im Stream, hast du? Warte mal, Noobster. Und jetzt JoJo, Lenovo First. Alle, warum ist jetzt JoJoTV? Weiß... Weiß ich nicht. Der ist immer noch auf der Whitelist. Jetzt JoJoTV, alter weg damit. Ach, der hat ihr keinen Bock mehr, ne? Den will auch keiner hier haben. Ja, wir sind jetzt hier wieder neue Schilder aufgefallen. Komm mal her. Was ist das denn? Ja, keine Ahnung. Boah, was soll ich vorlesen? Was ist das? Ne, ich lese vor. Sie und Herr Ritze sollen aufhören, mir aufzuspüren. Sonst werden ihre Köpfe rollen. Lol. Wir haben es wohl übertrieben, letzte Folge, oder? Kann das sein? Weil wir ja so Nachforschungen angestellt haben in die Richtung. Und was soll das denn mit dem Banner? Nein, ich finde, wir sollten... Jetzt habe ich auch schon oft in der Stadt gesehen. Ich vermute irgendwie langsam... ...zeichen... ...her... ...und ist, weil das überall hängt. Ich sehe das mittlerweile überall auf dem Server. Ja. Naja, ähm... Irgendwie ist es auf jeden Fall kein gutes Zeichen, ne? Ja, aber die Schilder... ...die Schilder nicht abbauen. Das könnte vielleicht Beweismaterial oder so dran sein, damit wir vielleicht... ...wissen bekommen, wer das vielleicht sein könnte. Ja. Weil... ...das ist definitiv eine Mordstruppe. Ja, irgendwie schon, ne? Aber wir werden nicht locker... ...wir werden nicht locker lassen. Wir müssen... ...um es schon, weil es geht ja nicht um uns, es geht ja um alle Einwohner hier. Ja, es geht ja auch um Iris seinen Onkel, ne? Ja, und Marokko. Genau. Die Ehre von Marokko muss ja gerettet werden. Ja. So, und dann müssen wir mal gucken hier. Mit, äh, Crap des Hauses ist ja auch was los gewesen, ne? Das habe ich wieder aufgebaut. Ja, da hat er sein Haus angezündet. Ähm, das war irgendwie in deinem 8-Stunden-Stream, ne? Ja. Ja. Und ganz am Ende ging es da irgendwie... Worum ging es da überhaupt? Was ist da los gewesen? Äh, er hat gesagt, er hat keine Lust mehr auf das Projekt, weil sich alle... ...beschweren, deshalb hat er seine zwei Häuser angezündet. Was, worüber beschweren? Ja, ja, weil wir uns alle über seine Regeln beschweren würden. Mit, man darf nicht mit Rüstung rumlaufen in Snowwilch, man darf nicht das Ding wirklich killen. Und er hat sich, glaube ich, beschweren. Er hat gesagt, er hat ihn eben nervt, dass wir uns alle drüber haben. Ich weiß, aber hat er gemeint, seine Häuser anzuzünden. Ach so, ja. Ja, wir haben jetzt auch schon die Weihnachtsgeschenke verteilt. Ja, aber geh mal hier runter, hier unten ist noch nicht alles aufgebaut. Ja. Also, also hier unten, hier kann ich mal auch kurz, warte mal. Das ist halt alles weg gewesen und genau so Negrugshausen so, da kann ich auch nochmal hingucken. Ja. Ähm, hast du das auch wieder aufgebaut? Einigermaßen, ich hab keine Ahnung, wie es aussah, ne? Du musst dich mal drüber kommen. Naja, da ist halt der Baum jetzt wieder, ja. Ah ja, aber so, na, du hast es wieder hinbekommen, so ein bisschen, ne? Ein, einigermaßen. Das war jetzt nicht komplett und, ja, nicht perfekt. Aber immerhin ein paar Stockwerke hier. Das war einfach nur random Blöcke hingeklatscht, also. Naja, war es ja vorher auch, ne? Obwohl hier ist kein schöner Fehler drin. Schade ist halt nur, schade ist halt nur das Locksmotzer, Francis. Ja, das ist einfach, das hat er einfach überlebt, ey. Ja, und Julias Grundstück war ja auch angegriffen, ne? Ja, da unten, da ihr Schildkröten-Ding, da. Ja, also das ist schon scheiße, ne? Da brennt er einfach das hier an, so ohne Vorwarnung, ohne richtigen Grund eigentlich. Also das Ding ist, das Ding ist, jetzt, Bäume, vor allem hat es sogar die Bäume angezündet, ne? Er hat die Bäume sogar angezündet, die er nicht mal zu seinem Grundstück gehört haben. Ja. Dann hab ich hier wieder nachgeplant, ihr Dankz, und deshalb ist es ja, ich hab ja auch irgendwie ein Baum, das ist ja automatisch auf dem Grundstück, also, keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hatte. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich hab mal, ich hab mal jetzt gedacht, ich hab mal kurz gedacht mit meiner, mit meiner magischen Kraft, tp ich, tp ich uns beide mal zu dem neuen Spieler, wir gucken uns mal, was er so geschafft hat, bis jetzt, ja. Ja, aber ich glaube hier im... Okay. Da ist nur ne Höhle. Aber ich glaube, bei Crap, der LP, da stimmt irgendwas nicht, ne? Weil, wenn er so, äh, keine Ahnung, so plötzlich solche Taten darbringt, und solche Aktionen, dann muss er doch irgendwie besessen sein von irgendwelchen Dämonen oder so. Ja. Ja. Wahrscheinlich hat das auch was mit Black Hood zu tun, oder? Ja. Ja, das kann sein, das ist nämlich sehr seltsam. Ja, weil Black Hood, äh, ist halt mehr als nur irgend so'n Typ, ne? Der hat schon große Macht und sicher auch irgendwie beherrscht der, die Kunst der Hypnose oder so, und hat dann irgendwie Crapte dazu gebracht, das zu tun, ja. Weil sonst hat er sich ja nie so verhalten, in letzter Zeit ist Crapte ganz schön, hat sich ganz schön verändert, irgendwie, ja. Ja, das ist halt von einem auf der anderen, weil, es gibt ja auch ganz viele Paralleluniversen, zum Beispiel, ähm, steht auch noch das Paralleluniversum Snow Village, wo die Charakter von Projekt leben und so. Ja. Und, ja, und TinySwanath und so ist es ja, also, entschuldige. Ja, also, Lass mal gucken, lass mal gucken, vielleicht ist hier die geheime Base von Black Hoods. Mensch, da wollten wir jetzt hier ein bisschen Weihnachtsstimmung reinbringen und die ganzen Geschenke verteilen und dann, und jetzt auf einmal hat sich einer ähm, Mitbewohner zu einem, wie's aussieht, kranken Massenmörder entwickelt. Ja, das stimmt, und wer weiß, wer als nächstes betroffen ist, ja, das kann ja theoretisch jeder dann irgendwie ausrasten, wenn er von Black Hood besessen wird. Ja, weil, ja, weil das Ding ist, Crapte war jetzt das erste Opfer, was leider wir werden die Crapte auch nicht mehr hier sehen, weil Crapte tot ist. Ja, der ist, äh, dadurch irgendwie zugrunde gegangen, ne? Ja, wie's aussieht, hat... Ja, weil das zerstört ja auch einen Menschen psychisch komplett und, ja, natürlich auch körperlich zerfrisst sein dann, weil die Energie halt ausgesaugt wird und, ja. Ah, ich hab hier echt die, ja, die Base von Black Hood gefunden. Ja, ist schon krass irgendwie. Sie, äh, die Base von Black Hood, alter. Das ist bestimmt, das ist bestimmt, das ist bestimmt real, gell? Ja. Also, das glaub ich dir aufs Wort. Ja. So, nee, aber ich denke mal, hat irgendwo so eine Kathedrale oder irgendwie so ein... Ja. ... riesen Palast, so ein riesen Raum. Ey, weißt du was? Was mir grad einfällt? Crapte wollte doch diesen riesen Raum im Untergrund bauen. Ich glaube, der ist schon länger besessen von, äh, Black Hood und hat irgendwie... Ich hab mal, ich, 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 mach mal kurz was mit meiner, mit meiner Macht, teleportierstich in die andere Welt, dann tippe ich mich zu dir. Okay. Und dann, und dann gucken wir uns das mal genauer hier an, warte auf mich, nicht alleine da runtergehen. Crapte des Hauses ist wie ein, von einem, äh, heimgesuchten Dämon. Ja, also so langsamer gibt das alles mehr Sinn, ne, das, äh, so langsam wird uns alles klar quasi, ja. Ja, wir, wir, wir kommen immer näher. Und da hinten ist jetzt auch so ein Dschungel entstanden beim Rewe, ne, also irgendwie ist die Welt hier schon ein bisschen... Es ist irgendwie alles hier so ein bisschen seltsam. Ja. Es haben sich auch, seit langem haben sich irgendwie auch nicht mehr so Menschen wie Julia oder Streetmaster oder so blicken lassen. Ja, stimmt, Street war eigentlich immer aktiv, gell, für seine Videos. Ja, aber, ja, aber irgendwie, irgendwie hab ich das Gefühl, dass es nur noch einmal die Woche hier auf den Server kommt. Äh, ich mein hier, hier, hier irgendwie. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass es alle runtergetaucht, weißt du, weil die, weil, weil die auch alle wissen, hier läuft was nicht gut. Also, ich glaub, wir sollten langsam auch mal drüber nachdenken, weil ich glaub, wir haben alle die Stadt verlassen. Ja, wir sollten mal wach werden. Ja. So ein bisschen. Ja, schau mal hier, was ist das denn hier? Ich glaub, ich, 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 ich glaub, hier, 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 hier bewahrt der seine Schätze auf. Echt? Okay, okay, im Dixi-WC. Das ist sehr wahrscheinlich, dass hier Schätze sind. Das, das schätze ich mal, ja. Hä, was ist das hier? Sind das, sind das die heimgesuchten Wölfe? Das sind, äh... Erst mal ehrlich, guck mal, was ist hier? Whip, Krepte, LPs, Bruder, 17. Hälfte. Hat der seinen Bruder umgebracht, oder was? Ja, stimmt, das hat mich auch schon immer gewundert. Irgendwie, irgendwie hat der da schon, äh, wahrscheinlich, das noch nicht an uns ausgelassen, sondern erst mal an seinem Bruder. Aber jetzt ist es so hochgekocht wieder, dass es an uns dann letztendlich auslassen musste. Ja. So, dann mal hier hoch. Durch den dunklen Gang hier auch noch. Ich weiß nicht, jeder andere Mensch hätte den Gang hell gebaut und, ja, Krepte auch wieder so düster und so, ne? Ja, der mag das irgendwie. Ja. Das so richtig, so richtig, äh, psychisch, äh, weiß ich nicht, in der Richtung hat sich das entwickelt, die man nicht gedacht hätte. Ja, aber generell, wir sollen uns generell mal ein bisschen anschauen, das sind alle ein bisschen seltsam. Weil irgendwie haben alle nachgelassen. Ich hab irgendwie das Gefühl, weil schau mal hier vorne, weil schau mal, was da hinten ist. Und zwar hatte ich heute, und zwar hatte ich nämlich heute, ohne dass ich die Person von selber heute, eine berühmte Person auf dem Server wieder gesehen, die hat endlich mal was gemacht. Hä? Als ob, was ist hier passiert? Das hatte mich sehr überrascht, weil die Person heute online war, ohne dass sie, also, ähm, aufgetaucht, äh, äh, wieder hierher gekommen ist, ohne dass ich sie hierher beten musste. Lol. Ich hab einfach nur geschrieben, ob die Person wieder was mit mir machen will, hat sie ja hier drauf gespielt. Ah, lol. Das ist schon mal, äh, unerwartet, hä? Als ob. Und das ist ja schon mal, ja, das meiste, was diese Person jemals in ihrem Leben, äh, irgendwo geschafft hat, ne? Ja. Also, mehr gab's irgendwie nie. Aber das Ding ist auch, ich frag mich halt immer noch. Ja, was? Nein, seitdem, seitdem Justin Wojner da ist. Ja. Ich direkt muss den zweiten Block doppelt abbauen. Pff. Naja, das Code ist halt auch nur Streetmaster. Streetmaster ist immer noch gesucht. Ja. Und vielleicht, und vielleicht würde ich Streetmaster rächen. Aber weißt du, was seltsam ist? Ich hab durch eine krasse Quelle, wo, ähm, Streets eine Kamera an den Kopf hängt und das alles aufnimmt und ist dann auf eine berühmte Plattform stellt, ne? Hm, okay. Er hat so eine Kamera an seinen Kopf gehangen und dann hab ich halt so gesehen, dass er auch eine Drohung von Blackwood bekommen hat. Und dann glaub ich so ein bisschen, dass, dass man ihn eigentlich ausschließen könnte, weil, kommen sie mal runter in die U-Bahn. Ja. Das stimmt. Das hab ich auch gesehen am Anfang, gell? Ja, und da hab... Von dieser Kameraaufzeichnung. Ja. Und da, what the fuck? Alter, geh weg! Oh. Alter, das sieht man ja gar nicht. Pff. Was ist das? Aber... Nicht dein Ernst. Häää. Und was ist das hier, bitte? Da geht's bis zum Bedrock. Ach du Scheiße, es geht durch. Ins Weid. Geht's mal Wildrock, Alter. Das hier war ich wirklich nicht mehr... What the fuck? Hä? Hä? Hat der Street gemacht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hä, was ist das hier? Geh da mal rein. Stirbt man da drin? Ne, ich glaube, wenn man da reinspringt, dann kommt man in die Welt von Minecraft Void. Ghe. Ja. Wir müssen jetzt so richtig schlecht den Schnitt reinmachen, so runterfallen, auf einmal der Himmel runterfaut. Nein! Ghe. Das wär so geil. Und jetzt ist ja ne Bratahnpicker auch drin. Und das Ding ist halt auch... Ja, die hatte ich ja so geschenkt. Weil weiß das auch sein kann, dass Blackwood das war und Street to Street, beobachte ihn auch schon seit längerem und weiß einfach zu viel, weißt du? Ja, das stimmt. Das kann sein. Ja. Dass er so verdeckt ermittelt und, ähm... Ja, das ist wie mit der Kuh, die dreimal Mu sagt und zu viel weiß, ne? Ja. Oder dem Jäger im Wald, der die Maschmaschinen abballert. Ja, klar. Auf jeden Fall ist das sehr mysteriös, was... geht. Ja. Und... Ich irgendwie, irgendwie, gell? Spürst du das auch? Das fühlt sich... Irgendwie... Fühlt sich irgendwie komisch an. Irgendwie hab ich ja noch ne Rechnung offen. Stirb! Hä? Was? Lang, 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 lebe Blackwood! What the fuck? Was machst du jetzt? Was? Das ist das. LEDuch